Herzlich Willkommen zu LSP-DF-A Wir fahren hier auf Streife ein bisschen Patrol Thief, okay, machen wir doch Ich habe keine Ziräne Ich habe keine Ziräne Ich habe keine Ziräne Mal gucken Der, der er 86 auf den Ist einfach ein weißes Motorrad In der 86 Okay 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 Ich habe keine Ziräne Ich habe keine Ziräne Oh, hoppala. Verdammt. Da hinten. Oder? Ja. So sieht es aus. Oh, no, no, no. Ah, endlich. Gut. So. 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 Jetzt gehen wir gerne einmal den Typen hier vor uns kontrollieren, oder? Das ist der Escalier. Gut. Passt. Ich habe leider noch keinen Toad Truck. Ich habe leider noch keinen Funktionieren gehabt. So, wie sieht es denn hier aus? Kannst du bitte das Auto checken? Na gut, dann nicht. Eigentlich muss ich auch hier das Auto durchsuchen können. Dann schnappen wir uns. Der ist schön gefahren. Dann muss ich mal wieder in der Ego Perspektive kommen. So, mal gucken, ob er vielleicht anhält. Also schon muss man nicht, aber so ist es wert. Ne, definitiv nicht dann. Ich würde ein PIT oder PET mal einfach versuchen. Hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Machen Sie gut, mein Herr. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch, hopp. Was? Das geht irgendwie nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ja gut. EMS. Habe ich hier irgendwie. Ich brauche unbedingt mal einen Abschlepper. Habe ich aber leider nicht. Deswegen fahre ich ihn jetzt beiseite. Ja, perfekt gepackt. Das ist ordentlich gewesen. So. So, sie sind jetzt mal wahrhaftet, mein Herr. Santa Maria. Genau. Ich kann ihn nicht wahrhaftet. Ich hole mir mal eine Streifen dazu. So. 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 Ja, warte. Entschuldigen Sie mal, halbüro. Entschuldigen Sie mal. Warte. 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 Hallo? Ich sehe jetzt hier niemanden rennen. Ich denke, wir sind erst zu Fuß unterwegs, oder? Ich schieb' mal einen Streifen mit hierher. Dann fahren wir hier runter. Oh Gott. Oh je. Oh Gott, ich muss hier zu Fuß weiter, oder was? Oh, nee, da ist gerade der Täter. Da ist er. Vorwärts. Da unten rennt er. Schnell! Ich schieb' mal noch einen Streifen. Super. Jetzt rennt er da auch ruhig wo er stand. Super. Ich schieb' mal den Wagen. Ich schieb' mal den Wagen. Oh Gott. Eieieiei. Der rasset ja auch richtig aus. Was ist denn heute los hier in der Stadt? Ende. Ja, um, ah, ja. So. Why did you run? It makes, just make the situation worse. Man, I just didn't want to go back to the slammer. I understand that, but everything is, oh my, I know today. Okay, that's the same thing. Okay, that's the same thing. Okay, now I've done a screenshot. Let's go. 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 Ich möchte nochmal was ausprobieren. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr wie es ging. Ich hatte da so eine Matte bei mir. Send Fire Truck. Ne, ich glaube das funktioniert nicht. Ne, jetzt kommen hier alle. Hm. Weil ich mich schön ausleute. Super. Ich kann ja irgendwie nicht anführen. Und wir haben irgendwie noch einen Täter auf der Flucht da hinten. Hm. Woll. Was sag ich noch, Kollege? Ich glaub den find ich nicht wieder... Was hab ich grad gesagt? Die werden nicht erschossen... Er wird auch nicht erschossen, aber... Ja... Ich fühl's nicht gesund an hier... Ach Leute... Hat nur niemand gesehen... Der fährt sehr schnell... Das ist dann unser letzter Einsatz für heute würde ich sagen... Wenn wir den haben... Da vorne den... Den Raser... Ich würd sagen PIT oder PET... Das war nicht gut... Ich muss ihn am besten von der linken Seite... Also von... Hier treffen... Damit der nicht in die Gegenfahrbahn reinrauscht... Oder das macht... Komm schon... Ich hol mir mal eine Strecke dazu... Oh Gott... Alter... Komm schon... Komm schon... Der hatte so Glück... Der Fahrer gerade... Zwischen uns... Dass wir genau zwischendurch gefahren sind... Oder... Alter... Der hält super viel aus... Nein... Ich möchte keine scheiß Musik... Alter... Ey... Was ist denn das für ein Auto? Stärker als Nokia... Na gut... Oh... Der fährt genau da oben hin... Da ist ein Sackgasse für ihn... Mehr oder weniger... Er ist aber nicht die Berg runter gesprungen... Oder? Da ist er... Na endlich haben wir ihn... Na endlich haben wir ihn... Ah... Mist... Ich hab mal zu Sicherheit... Äh... Ein Dicks gesendet... Ich kann ihn nicht festnehmen... Ich kann ihn nicht festnehmen... Ich kann ihn nicht festnehmen... Ja... Kann ich sie festnehmen... Ja... Sie kann ich festnehmen... Linder kann... Ach nein... Oh... Scheiße... Machen Sie Ihren Job, Alter... Oh... Nein... 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 Oh... Das ist direkt hier bei was... Da gibt sich doch, Leute... Der ergibt sich! Leute! Ey, erschießt euch jetzt! Och, Idioten, ey! Du bist so... Oh, 4! Ja! Das will ich nicht! Ja! 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 Ciao und bis zur nächsten Folge würde ich sagen! Dann noch einen schönen Tag! Ciao! Ja! 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 Ja!